Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 2. Wir sind jetzt bei den Höhlen der Harpien. Ist gerade da rechts ein Rechtschreibfehler aufgefallen. Ja, komm. Möchtest du etwa hier den Dings verteidigen? Den Kristall? Daraus wird nix. Oh, die gibt übrigens ordentlich Harpien-Feder. Ich bin zu alt für sowas. Na komm. Wir gehen jetzt relativ schnell weg. Dann gebt mir mal euer Zeug. Da war doch noch was. Jawohl. Und dann schauen wir uns mal den Traum an. Mal schauen, was der so für uns hat. Da war doch noch was. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war dann wohl der Drache, der uns da angegriffen hat. Ja. Okay, das war's schon. Okay, gut. Nehmen wir halt einfach den Drachen drauf. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Na klar, hauen wir euch noch schnell platt. Ich würde mir ganz gerne die anderen Träume auch noch anschauen, wenn wir schon mal hier sind. Geld, Rüstung, ich glaube, die kann ich auch wieder direkt kicken. Zack. Na gut, dann sind wir jetzt doch noch überlastet. Doch wieder zu viel Harpienzeug mitgenommen. Machen wir die Hose noch weg. Und der nächste Traum. Okay, tschüss. Schön, euch gekannt zu haben. Ich denke, da gibt es halt noch jetzt irgendwie einen Lügel, haben wir jetzt ja gehabt. Dann gibt es wahrscheinlich noch einen blauen Kristall irgendwo. Ach nee, komm, die hatte ich doch gerade weggetan. Tschüss. So, dich noch. Jawohl. Zumindest die Federn werden wir jetzt auch schnell wieder loswerden. Hm, hallo? Au. Na komm, steigen wir erst mal auf. So. Level 25 schon. Ah, einen weißen Kristall gibt es auch noch. Wie schön. Dummdi dummdi dumm. Runter drauf losprügeln. Auf. Nicht auf mich. Aber ich denke, da haben wir auch genug Harpienfedern jetzt eingesammelt. Uh, Mutter gehen. Cool. Stimmt, die könnte ich auch immer noch einsetzen. Schauen wir doch mal. Können wir da irgendwo was jetzt mutagenisieren? Scheinbar noch nicht. Da oben halt noch. Hm, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Okay. Harpienschwert. Oh, der ist sogar... Sogar... Na. Das hat halt mehr... Ja, einen Platz mehr. Nee, noch nicht mal. Na, dann tun wir dich mal wieder weg. So, da haben wir noch ein paar Träume hier eingesammelt. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Nee, von da kamen wir. Gerade nachschauen. Ich glaube, da unten haben wir dann wirklich auch alle... Ecken jetzt abgegrast. Ja, doch, das sieht gut aus. Dann schauen wir uns die beiden Träume nochmal fix an. Hallo, Projektor. Oh, Götter, sie kommen. Sie dürfen mich nicht kriegen. In die Werkstatt. Dort finden sie es nie. Nur über meine Leiche, Dexkerli. Nie erfahrt ihr das Geheimnis des Meisters Balthymore. Du bist so wunderschön wie eine Elfe. Komm her zu mir, du Held. Vögel mich in der Scheune. Hab ich ein Glück. Wollt bloß mit den anderen ein bisschen würfeln. Hol sie auch. Amüsieren wir uns. Das ist doch mal ein schöner Traum gewesen. Traum meines Bauern. Ich glaube, das ist der stärkste von allen. Haben wir doch prima noch eine neue Quest gekriegt dafür. Freut mich. Ich denke, wir haben jetzt auch genug Harpienfedern beisammen. Dass wir die abgeben können. Ja, dann müssen wir auch mal wieder hingehen und irgendwas zurückverkaufen. Oder halt Sachen herstellen. Da ist noch ein Kristall. Ja, dann will ich mir den auch noch anschauen. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Quest. Dachte ich mir doch, dass es da noch ein paar gibt. Ja, ja, kommt doch mal her. So. Die hält eine ganze Menge aus. Die... Habe ich doch auch das falsche Schwert, oder? Ja. Nein. 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 So, meine Damen. Auf die Fresse. Obwohl sind ja, glaube ich, gar keine Damen. Obwohl ich ja von Harpien wirklich mehr Brüste gewohnt bin. So. Und sammeln. Nehmen wir mal das mit. Hmm. Zack. 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 Na toll. Jetzt mal wieder überlastet. Das heißt, wir haben hier ein Trophäe. Was macht die Rüstung plus vier? Nö, nö. Das lohnt sich nicht so wirklich. Hallo? Hallo? Wollt ihr auch noch mitspielen? Das ist schön. Hier war ich aber noch gar nicht, oder? Ah, keine Ahnung. Gibt hier keine Karte für. Bitte mal noch Gewicht sortieren. Hepp. Äh, 50 Tuch. Das können wir, glaube ich, auch mal kommen. Harpchen Krallen. Hm, hm, hm. Komm, dann hauen wir das Tuch mal weg. Zack. Und schon sieht's wieder besser aus. Ja, scheinbar waren wir hier echt noch nicht. Na gut. Soll ja hier keiner zu kurz kommen. Geld. Zeug. So, die Rüstung kann auch gleich wieder weg. Flup. Hm, geht echt noch relativ tief hier rein. Ich glaube, da haben wir doch noch ein paar Träumen, die wir mitnehmen können. Finde ich cool. Wie gesagt, die möchte ich auch ganz gerne mitnehmen. Ich bin zu alt für sowas. Finde ich eine ganz schöne Questphase hier gerade und ganz interessant auch. Ah, genau. Hier kommen wir dann wieder raus. Okay. Dann gehen wir zurück und setzen den letzten Stein noch ein. Oder wahrscheinlich letzten Stein. Ich glaube nicht, dass ich da sonst noch irgendwas übersehen hätte. Ach Mist, das war die Sache mit dem Tuch wieder. Tschüss, Tuch. War schön mit dir. Das sind wir halt nicht mehr ganz so gut betucht wie vorher, aber das sollte ja passen. Ah, das war die Trophäe, die brauchen wir auch nicht. Da hatten wir auch nur die Krallen, äh, die Vier dann rausgenommen. Ich sehe gerade die Karte, macht ein wenig, äh, Probleme, in Anführungsstrichen. So, weil sie ist halt gerade nicht vorhanden. Aber gut, wir kommen ja auch so einigermaßen raus. So, Traum anschauen. Es ist Maon, Taleste im Pedon. Äluren mit Älurien. Ferredein Maon, Eul daumas. Ja, Wettstraum, der jetzt nicht allzu viel gebracht hat, aber gut. Also, uns zumindest. So, das haben wir abgeschlossen. Wie gesagt, mit den Federn müssen wir halt mal gucken. Wähle ich mal gerade an. Werden wir dann sehen, ob es genug sind. So, dann jetzt aber doch endgültig mal wieder raus. Muss dann, glaube ich, nach der Aufnahme, oder nach der Folge mal gucken, wie das meine Aufnahmeplatte so sagt. Ich habe da jetzt ewig viel am Stück aufgenommen, aber jetzt nach der langen Schonphase habe ich da auch wieder richtig Lust drauf. Und habe eigentlich auch noch jetzt weiter Lust. Ich muss halt nur gucken, wenn die Platte voll ist, bringt das leider nicht allzu viel. Aber dann kommt jetzt auch mal wieder Content. Beziehungsweise kam jetzt auch schon seit Tagen wieder Content, wenn ihr die Folge seht. Das ist für mich alles noch eine Aufnahmesession. So, da wären wir wieder. Mal wieder abgestürzt. Also, heute hat sie es doch ein wenig mit den... Ähm... Mit den Abstürzen. Aber ich habe mal geguckt, jetzt haben wir wenigstens noch genug... Oder mehr als genug Hartchenfedern da. Uh! Und eine Errungenschaft. Wahrscheinlich jetzt 100 Harbien zerlegt oder so. Keine Ahnung. Ist ja auch schön. Oder alle Träume eingesammelt, ich weiß es nicht. Und weiter geht's mit dem Sammeln. Lala. Ja, ich glaube, das war aber mit den Harbien, dass man da eine bestimmte Anzahl zerlegen musste. Das Medaillon schlägt aus. Ja, dann kommen wir hier. So, die dürfen auch noch. Zack. Zack. Damit werden die erledigt. Auch das wird natürlich noch alles eingesammelt. Dann können wir gleich wieder eine ganze Menge Harbienfedern loswerden und Geld machen. Ich hoffe auch gutes Geld. Ich habe jetzt ehrlich gesagt beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet, was der uns da gegeben hat. Wie viel. Ja, wird schon gereicht haben. Und da werden wir jetzt hier auf dem Rückweg noch die ganzen Viecher platt machen können. Sollte das hier dann mehr als genug sein. Ich glaube, da kommen wir eigentlich vor lauter Harbien-Schlachten nicht mehr weiter. Na klar. Sommel. Bitte. Oder ist da noch irgendwo eine, die jetzt noch zu uns runter will? Da, tatsächlich. Hallo. Wo kommst du denn hier? Jetzt aber. Looten. Komm, komm, komm. Gib mir Loot. 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 Da geht doch. Dankeschön. Jawohl. So. Ordnung. Dann können wir bestimmt wieder irgendwelchen Mist hier. Genau. Harbien-Trophäe. Weg. Harbien-Trophäe. Weg. Immer noch überlastet. Ja. Scheint so. Hm. Noch eine Harbien-Trophäe. Weg. So. Da gehen Trophäen. Jawohl. Das ist ja nicht die, die wir anhaben. Wie mir mal gerade aufgefallen ist. Ich hab von daher... Ähm... Können wir die ja auch noch wegschmeißen. Wie gesagt, die bringt jetzt auch nicht wirklich viel. Dann sind wir gleich auch wieder angekommen. Jawohl. Dann können wir jetzt auch die Harbien... Es waren, glaube ich, als ich geguckt habe, irgendwie 100, 120 Harbien-Federn, die ich hatte. Aber bitte. Sprich. Ich bräuchte noch ein paar Federn. Sagen wir, acht. Du oder dieser Sammler? Er natürlich. Er. Ich verstehe nicht. Warum hast du nicht gleich gesagt, wie viele es sein sollen? Ich musste zuerst die Qualität der Ware sehen. Noch ein paar Federn. Entscheide dich. Ich bezahle extra. Ich überleg's mir. Ich habe die Federn. Ich habe die Federn. Saubere Schwungfedern. Ganz intakt. Hoffentlich reicht das jetzt. Ich schau sie mir an und nehme die besten. Hier. Dein Lohn. Und eine kleine Prämie. Was soll ich denn mit dem Rest machen? Weiß ich nicht. Ich brauch erstmal nichts mehr. Leb wohl. Schöne weitere Quest abgeschlossen. Toll. Die acht hätte jetzt. Also da. Ich glaube da hätte ich jetzt nochmal echt gekurzt. Wenn ich darf jetzt nochmal hätte extra hier runterlaufen müssen oder so. Okay. Besuche Elton später. Ähm. Dann. Ja. Das können wir auch noch machen. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück nach Wergen. Dann ist es auch schon wieder an der Zeit die Folge zu beenden. Wie ich gerade sehe. Aber nach Wergen können wir noch gerade fix rüberlaufen. Boah. Das kriegt ja schon hin. Das ist ja nicht mein Problem. Ähm. Wir sind aber auch auf dem richtigen Weg. Hallo Gefliegel. Äh Geflügel. So. Dann würde ich mal sagen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe ihr hattet Spaß. Und seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao. Ciao.